Herzlich willkommen zum nächsten kleinen Blog. In diesem kurzen Video geht es um die Aspekte der Gestaltung, der architektonischen Gestaltung und Berücksichtigung sozialer Aspekte. Wenn wir uns das mal vor Augen führen bzw. überlegen, welche Relevanz könnte die Gestaltung für die Nachhaltigkeit von Gebäuden haben, so kann man das recht anschaulich sehen an diesem Beispiel. Sie sehen in beiden Fällen Photovoltaik-Module und man kann sich jetzt schon die Frage stellen, natürlich technisch funktioniert das beides einwandfrei, aber vor allem in der Abbildung links erkennt man nicht sehr deutlich, sagen wir mal zumindest, den Anspruch da die Gestaltung mit einfließen zu lassen, auch wenn man an diesen massiven Betonsockel denkt, auf dem diese PV-Module montiert sind. Jetzt spielt das in dem Fall hier keine so große Rolle für die Funktionssicherheit und die Funktionsfähigkeit dieser PV-Module. Wenn wir uns aber diese beiden Beispiele anschauen, links ein Gebäude in London, rechts ein Gebäude in Frankfurt, so galt das linke Gebäude lange Jahre als das hässlichste Gebäude ganz Englands, mit der Folge, dass es 2006 abgerissen wurde, nachdem es lange Zeit auch leer stand. Auch das Gebäude rechts mit einer sehr, sehr aufwendigen Fassade aus Naturstein, sehr hochwertig, wurde nicht akzeptiert, vielleicht auch aufgrund der Gestaltung, weil ich mit dem Bürogebäude natürlich auch immer repräsentative Funktionen irgendwo verbinde, auch wiederum mit der Folge des Leerstands und dann dem Abbruch des Gebäudes, was ein sehr aufwendiges Unterfangen war, auch noch aufgrund der Konstruktion. Das ist aber ein separater Aspekt, also Rückbau und Recyclingfreundlichkeit, das sind separate Aspekte, die wir uns später anschauen. Wie könnte man jetzt die Baukultur, die gestalterische Qualität definieren? Die Nachfrage ist da, wenn Sie sich das durchlesen, dann ist der Bedarf der Menschen schon da, nach einer angemessenen, gestalterisch hochwertigen Umgebung, einer angepassten Umgebung, die auch die Nutzerbedürfnisse letzten Endes berücksichtigt und nicht so brachial vorgeht wie das Gebäude oder das Bürogebäude, was wir eben gesehen haben. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Natürlich kann man darüber streiten, wie wird das Gebäude in 30 Jahren akzeptiert. Es ist sicherlich auch darüber zu sprechen, wenn die gesamte gebaute Umgebung solche Farbintensität aufweist, also auch da hängt das ganze Quartier mit zusammen. Also es darf auch nicht, aus meiner Sicht zumindest, Überhand nehmen. Oder auch dieses Gebäude hier, sehr klar in der Formensprache, auch in der Funktion, auch da gibt es sicherlich Aspekte, die man kritisieren könnte. Wenn man sich die Fassade zum Beispiel aber auch genauer anschaut, und da sind wir wieder bei den PV-Modulen, dann besteht die Fassade aus 10.000 Dünnschicht-Solar-Modulen in 450 unterschiedlichen Größen und insgesamt erreicht so die gesamte Solarfassade eine Leistung von 440 Kilowatt Peak und zusätzlich noch 100 Kilowatt Peak auf dem Dach und da sollen dann pro Jahr ungefähr 260.000 Kilowattstunden Strom produziert werden. Auch da kann man natürlich wieder drüber reden, Wartung, Instandhaltung, Wirkungsgrad und so weiter und so fort, aber bezogen auf den gestalterischen Aspekt, auch nochmal im Hinblick auf dieses Beispiel mit den PV-Modulen von ganz am Anfang, ist das vielleicht sogar eine bessere Möglichkeit, das zu integrieren. Wie könnte ich also die Baukultur als Dimension eines nachhaltigen Gebäudes mit reinnehmen? Und da gibt es einen Versuch, das zu packen, also Gestaltung, Baukultur, indem man das trennt zwischen Verfahrensqualität und Objektqualität. Und das kann man dann auch noch detaillierter betrachten, wie man hier sieht, also die Objektqualität als handwerkliche Qualität, Zukunftsfähigkeit und so weiter. Wenn wir uns diese einzelnen Kriterien mal anschauen, dann sehen wir eine ganze Reihe von Aspekten aus der Definition der Baukultur kommend, die sich eins zu eins widerspiegeln in Kriterien im DGNB-System, also Zukunftsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit, Ressourcenschonung, Flexibilität. All das sind Kriterien, die so bewertet werden und die der Arbeitskreis Baukultur als elementaren Bestandteil von Objektqualität auch definiert hat. Und bei der Verfahrensqualität ähnlich. Also auch da wird diese Planungs- und Prozessqualität separat extra bewertet in einem Kriterium. Gerade im Hinblick auf die Verfahrensqualität, also wie ich zu einem Ergebnis komme, gibt es sehr große Diskussionen und auch mittlerweile durchaus erprobte Verfahren, das zusammenzuführen. Sie sehen hier erstmal eine bunte Zusammenstellung der verschiedensten Interessensgruppen und das muss ich natürlich auch irgendwo zusammenführen. Und wie könnte ich das tun? Wie könnte ich das sichern? Das eine, was wir haben, sind natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, also Baugesetzbuch, Landesbauordnungen, Bebauungspläne und so weiter. Da das aber sehr starre Instrumente sind und auch sein müssen, ist dadurch kein objektangepasste, individuelle Förderung von Baukultur so stark möglich. Also es ist nur sehr eingeschränkt. Wenn wir uns weitere Möglichkeiten anschauen, wie zum Beispiel die Beratung oder auch konkurrierende Verfahren, das wären Wettbewerbe oder sowas wie Partizipationsprozesse, also über die eigentliche bauliche Aufgabe hinaus, Prozesse, die ich nutzen kann, um die Baukultur, um Nutzerbedürfnisse auch abzufragen, dann kann ich durch diese drei Instrumente eigentlich sehr gut die Baukultur auch fördern und auch forcieren. Was man aber feststellt, und da gibt es aber auch wieder einen Ansatz, ist, dass gerade in architektonischen oder städtebaulichen Wettbewerben sehr viel Potenzial auch verschenkt wird. Und dazu gibt es dann, und das ist für Sie wichtig, wenn Sie mal in einer Gemeinde zum Beispiel dafür zuständig sind, so einen Wettbewerb aufzusetzen, eine Handreichung des Bundes für die Bewertungssystematik nachhaltiger Planungswettbewerbe. Das Schöne ist, oder das Gute ist, dass dadurch auch eine ausgeglichene Berücksichtigung der einzelnen Interessen ermöglicht wird. Und die zentralen Fragestellungen können Sie da lesen, beziehen sich auf Ablaufempfehlungen, Auslobung, Vorprüfung oder auch das Preisgericht. Und Sie erhalten dadurch eine Wertungsmatrix, ein Kriterienmatrix, die Sie in der Auslobung auch schon berücksichtigen können und die Ihnen eine wertungsfreie grafische Auswertung von Planungskennwerten ermöglicht, die eine textliche Beschreibung der Arbeiten ermöglicht und die auch Einzelbewertung einzelner Kriterien mittels Ampelindikatoren ermöglicht. Und das wäre auch ein Ansatz, um in der Planung, auch wenn ich keinen Wettbewerb habe, aber in der Planung unterschiedliche Planungsvorschläge oder auch Tendenzen zu gewichten. Und das alles mit dem Ziel, diese Leistungsphase 0, wenn wir uns das mal anschauen, gerade diese Leistungsphase 0, Wettbewerb, Voruntersuchungen, Definition des Projekts, Zielsetzungen und so weiter, systematisch voranzutreiben, mit dem Ziel unter anderem, um die Baukultur zu erhöhen. Wie kann ich das jetzt in der Gebäudezertifizierung berücksichtigen? Wie geht das? Es gibt sicherlich verschiedene Ansätze und den Ansatz, den die DGNB da gewählt hat, ist der, dass es eine grundlegende Zielsetzung ist, der DGNB, dass sich aber, oder dass die DGNB das aber trennt von der eigentlichen Gebäudezertifizierung, mit Ausnahme dieser einzelnen Kriterien, die Aspekte der Baukultur darstellen und dass es für Gold- oder Platin- zertifizierte Gebäude darüber hinaus die Möglichkeit gibt, sich einem Bewertungsprozess zu unterziehen, um dann eine Sonderauszeichnung für gestalterische Qualität zu erhalten, den DGNB Diamanten. Berücksichtigt werden dabei Angemessenheit bezogen auf die Bauaufgabe, Kontext, Gestaltung und Grundriss. Auch dazu gibt es zahlreiche Beispiele, die Sie auch aktuell auf der Homepage der DGNB sich anschauen können. Das Ganze möglichst auch planungsbegleitend, auch im Vorfeld auch schon, mit dem Ziel, ich möchte diesen DGNB Diamanten erhalten, also auch da das optimale Potenzial schöpfe ich aus, wenn ich das von Anfang an mit berücksichtige. Etwas Ähnliches gibt es auch für Freiräume, da möchte ich Ihnen nur ein paar Beispiele zeigen. Sie sehen hier einige gute oder herausragende Beispiele zu diesen nachhaltigen Freiräumen in Sachen Baukultur und Gestaltung. Hier nochmal ein Beispiel, Kopenhagen Rathausplatz vor der Gestaltung, dann wurde der zentrale Bereich umgestaltet. So sieht es jetzt aus, nach 1996. Und naja, es ist ein sehr deutliches Beispiel, wie die Baukultur oder die Qualität des Freiraums dadurch auch sehr stark gewonnen hat. Kommen wir nun zu einem Aspekt, den wir auch schon kennengelernt haben, in einem anderen Zusammenhang, nämlich soziale und funktionale Mischung als Nachhaltigkeitsaspekte. Das haben wir kennengelernt schon im Bereich der Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit. Warum ist das wichtig, soziale Mischung? Das haben wir gesehen. Mischung besteht aus Altersmischung, aus Arm und Reich, Menschen mit, ohne Migrationshintergrund, unterschiedliche Berufe, Familien und Alleinstehende und zahlreiche weitere Aspekte bilden diese soziale Mischung ab. Warum ist das wichtig? Die Resilienz, Teilaspekte sehen Sie hier, und auch das Nutzen von Synergien zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen. Dass sich also die Kinderbetreuung auch durch vielleicht ältere Menschen, die im gleichen Quartier, im gleichen Haus leben können, weil die Wohnung entsprechend gestaltet ist, vielleicht mit abrufen kann. Wenn ich das nicht berücksichtige, finden sich auch weltweit zahlreiche Beispiele. Das entstand aus der Industrialisierung heraus, diese funktionale und soziale Trennung, mit zahlreichen negativen Effekten. Also die abgeschotteten Wohnquartiere, sehr plakativ hier dargestellt. Und das sind keine besonders widerstandsfähigen Konstrukte, Gebilde, was auch immer wieder zu Spannungen führt und Konflikten führt. Ich kann das auch im Nachhinein innerstädtisch umsetzen, wie hier in einem Beispiel aus Wien, in dem auch da auf eine sehr große soziale Mischung geachtet wurde. Auch das können Sie sich gerne im Internet anschauen. Das ist gut dokumentiert. Oder auch im Bereich sozialer Wohnungsbau, dass ich dadurch eine Quote oder durch eine Quote sicherstelle, dass eine nicht homogene Struktur entsteht, Sozialstruktur entsteht. Oder durch den Entwurf oder die Konzeption von mehr Generationen wohnen. Oder auch durch die Berücksichtigung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Auch dazu gibt es einen Leitfaden, den Sie im OLAT-Kurs finden. All das unterstützt die soziale Mischung in einem Quartier im Umfeld eines Gebäudes. Man unterscheidet jetzt hier bei der sozialen Mischung zwei Handlungsfelder. Es gibt einmal den bereichsorientierten Handlungsfeld, das bereichsorientierte Handlungsfeld mit den ganzen Teilaspekten. Und wir haben uns nur einzelne dazu jetzt bislang angeschaut. Das ist auch nicht Aufgabe des Auditors oder Auditorin, sondern das ist Aufgabe von unterschiedlichen Fachplanungsdisziplinen. Aber ich muss es von Anfang an mit berücksichtigen bei der Konzeption eines Quartiers oder eines Gebäudes. Also bereichsorientierte und querschnittsorientierte, also über die einzelnen Bereiche hinaus verwebend sozusagen, Partizipationsprozesse, um Nutzerinteressen abzurufen, Image- und Öffentlichkeitsarbeit oder auch Prozess- und Ergebnisevaluationen, immer wieder Feedback abrufen, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, ist eine maximale Heterogenität optimal oder gibt es da ein Optimum für Heterogenität, also soziale Mischung? Ja und nein, wie so oft, weil auch natürlich die Homogenität zahlreiche Vorteile hat, wie Sie hier sehen können. Und man könnte sagen, ein Minimum an Homogenität, eine notwendige Homogenität, um Konflikte zu vermeiden, den Aufbau von Beziehungen zu erleichtern und ein, man könnte sagen, Maximum so viel wie möglich Heterogenität reinbringen, weil Vielfalt die Widerstandsfähigkeit erhöht. Also auch da gilt es immer, Objektquartiers stadtbezogen ein Optimum an Heterogenität anzudenken. Bei jedem Objekt, was ich baue, also befindet sich das angedachte Mehrfamilienhaus in einem reinen Mehrfamilienhaus oder Wohngebiet, dann habe ich keine Heterogenität. Wenn aber nichts anderes möglich ist vom Bebauungsplan, dann habe ich natürlich ein Problem. Und da setzt dann auch später, das sehen wir dann auch gleich, neue Tendenzen, neue Ausweisungen als urbanes Gebiet zum Beispiel, setzt da neue Maßstäbe, dass ich vielleicht auch nicht störendes Gewerbe, also Büro, Freiberufler, Open Space Bereiche, wo ich mir Büroflächen immer nach Bedarf anmieten kann, wo ich sowas integrieren kann, zum Beispiel in eine Wohnsiedlung. Neben der sozialen Mischung gibt es auch die funktionale Mischung. Und was könnte das sein? Das kann sein, aber Sinn macht es dann, wenn ich tägliche Bedürfnisse natürlich ortsnah befriedigen kann. Wenn ich Dinge zu Fuß erledigen kann, kann ich dadurch auch eine höhere Zufriedenheit erreichen. Und ich reduziere natürlich die Emissionen infolge Verkehr oder Transport. Und auch das macht ein Quartier robuster, widerstandsfähiger, resilienter und schließlich führt das dann wiederum zu einer Wertstabilität oder sogar Wertsteigerung. Wenn ich die Funktion trenne, hat das auch diese, naja, Konsequenzen, die man sieht. Das ist sicherlich plakativ, diese Abbildungen. Aber wenn ich das zu stark trenne, muss ich eben große Mengen transportieren von Wohnvororten in Arbeitsstadtteile und wieder zurück mit den Problemen, die wir beobachten können. Wenn ich das verweben könnte, es geht natürlich mehr oder weniger gut, dann kann ich sehr viel davon vermeiden. Und erste Ansätze finden sich oder die Wurzeln sozusagen dazu stammen aus der industriellen Revolution. Prinzipien der Charta von Athen aus dem Jahr 1947 sehen wir hier. Also Ordnung war da gefordert, Licht war da gefordert oder auch Sicherheit durch Trennung der Verkehrsarten. Also auch da stammen die Probleme letzten Endes her. Aber man muss es immer auch im Kontext der Zeit, der Epoche sehen. Gerade eben sagte ich, dass sich da was tut bei der Entwicklung von neuen Gebieten, neuen Nutzungsarten nach Baunutzungsverordnung. Und dann sehen wir hier, wo relativ viel grüne Haken sind, wo ich also diese funktionale und soziale Mischung ermöglichen kann. Das ist in diesem Segment, in diesem mittleren Bereich. Und da vor allem eine Diskussion um das sogenannte urbane Gebiet, also ein Zulassen von nicht störenden Gewerben. Das ist das, was da hervorragend möglich ist. Handwerksbetriebe natürlich nicht. Also ich muss natürlich die Belange Wohnen, Schlafen auch mit dem Gewerbe vereinbaren können. Dabei gibt es nach Wiegand drei verschiedene Prinzipien der Nutzungsmischung. Zum einen eine Nachbarschaftsmischung, dass sich Wohnen auf anderen Parzellen befindet als das Gewerbe, aber immerhin innerhalb eines Quartiers. Dann gibt es die Gebäudemischung, das heißt Wohnen, Arbeiten, Handel auf getrennten Ebenen, aber innerhalb eines Gebäudes. Und dann natürlich die Fortführung davon. Eine Geschossmischung, das heißt Wohnen, Handel, Gewerbe befinden sich auch innerhalb eines Geschosses und durchmischt sich natürlich sehr stark innerhalb eines Gebäudes. Bei der Umsetzung müssen natürlich auch konstruktive Anforderungen berücksichtigt werden. Aspekte des Schallschutzes zum Beispiel oder der Sicherheit der Erschließung und so weiter, was natürlich eine große Herausforderung darstellt. Dass die Nachfrage da ist, sehen wir aber zum Beispiel auch an dieser Statistik hier, dass nämlich der Anteil der Menschen, die oder Paare, Lebensgemeinschaften mit einem Kind unter 18 Jahren, beide mehr oder weniger erwerbstätig sind, sehr, sehr hoch ist. Und da besteht natürlich der Wunsch danach, dass nicht viel Zeit für den Weg zur Arbeit verloren geht oder der Weg zur Nahversorgung oder der Weg zur sozialen Versorgung, zur Infrastruktur. Und das sind Aspekte, die sollen Sie dann auch in Ihrer nächsten Prüfungsleistung untersuchen, nämlich die Anbindung im Quartier, also wie weit sind die Wege, wie viele Einrichtungen gibt es im Umfeld eines Objektes. Auch hier wieder Beispiele dazu, wo diese soziale und funktionale Mischung im Quartier und im Gebäude umgesetzt wurde und auch funktioniert. Auch hier ein Beispiel für die funktionale Mischung im Gebäude, Supermarkt und obendrauf eine Kita. Auch das funktioniert. Kommen wir zu einer kurzen Zusammenfassung. Also was sollten Sie nach der Präsentation wissen? Auch das können Sie hier nachlesen, auch wiederum im Hinblick auf Ihre mögliche Prüfung bei der DGNB. Weitere Informationen habe ich Ihnen im OLAT-Kurs auch hinterlegt und werfen wir jetzt abschließend noch einen Blick auf die relevanten Kriterien, die wir auch teilweise schon angesprochen haben. Also auch da finden sich ganz viele Kriterien, die einen großen Aspekt haben in diesem Punkt soziale-funktionale Mischung oder auch gestalterische, baukulturelle Qualität. Sowohl für Gebäude, das was ja unser Schwerpunkt ist, aber genauso auch letzten Endes für Stadtquartiere. So, damit sind wir durch mit diesem kleinen Video über Gestaltung und Soziales und machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bis demnächst. Tschüss!